Soho, guten Morgen und willkommen zurück zu WOSTON 2100. Wir machen gleich weiter und hoffen wir mal, dass die Mission die richtige war. War es die letzte? Es war die letzte, es war die letzte, komm. Geh einfach mal davon aus, keine Ahnung. Und schön, dass mein Commander wieder keiner Einheit mehr zugewiesen ist. Das würde die Sache auch viel zu einfach machen. Oh nein, sie stehen alle irgendwie total ineinander. Geil. Oh ja, wenn das nicht mal geil ist und warum ist da ein Riesenloch in meiner Verteidigung? Ach ja, das hat der Fall ja mal irgendwie da reingesprengt oder so. Machen wir mal zu hier. So, wo sind denn jetzt meine Commanders? Oh, sie eiern da immer noch dran, Brom. Wie geil. Ja, 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 ja. Das wird glaube ich auch noch eine Weile dauern. Vielleicht so. Irgendwie. Konstruktion abgeschlossen. Oh, das ist ja schlimm. Das ist ja... Gruppe 2, meldet. Wirklich? Oh Gott. Oh Gott. Äh, wo habe ich noch einhalten? Konstruktion abgeschlossen. Oh, er ist raus... Nein, er fährt doch lieber weiter unten rum. Momentan habe ich jetzt schon gedacht, er... ...hätte dazu gelernt. Konstruktion abgeschlossen. Hä? Äh, hä? Was? Wo kommen sie jetzt her? Äh, hä? Ich bin leicht verwirrt. Egal. Du... Oh nein, es ist noch Headset. Ich habe eins. Oh. Nein. Konstruktion abgeschlossen. Ja, schön. Mir egal. Äh, wo sind meine Retourfahrzeuge? Gruppe 2, meldet. Nein. Ihr seid auf sofort zwei. Oh, hier hat man jetzt wieder abgewählt. Äh. Hier hat man euch wieder abgewählt. Nein. Ach so, ja. Genau, man klickt sie an, dann rechts und dann irgendwo in die Bamba geklickt. Gut. Gut, dass wir das geklärt haben. Das fällt mir früher auf. Äh, 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 bfff, überhaupt kein Überblick. Wie geil. Oh, mein vollbeförderter kann noch... Nein, der ist noch gar nicht vollbefördert. Mein am weitesten beförderter... ...diz, der... ... Commander. Der. So, wie viel kann ich noch zuweisen? Vier Stück? Habe ich noch vier, einer? Nööööö. Wer ist dir jetzt so nett zugewiesen? Äh... Eins... Oh Gott. Zwei, drei, vier. Ju-ju-ju. Und... Ooooooooh! Komm! Ja, ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft. Oh, ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ich hab's alle! Ich hab's alle! Oh Gott, bin ich gut! Was noch? So. Hat auch überhaupt nicht lang gedauert und... Mir fällt gerade auf, ich hab immer noch normale Geschwindigkeit, weil ich blöd bin und deswegen dann langsamer machen... Oh, wir haben jetzt alle... Zeit noch und Löcher. Ich weiß gar nicht, wohin mit meiner Zeit. Ach, zwei Stunden, ey. Pfff... Dann mach ich die Mission ja zweimal in der Zeit. Wie langweilig! Ooooooh! Gott, nein! Nein! Die sind jetzt wieder alle wunderbar dabei. Kein! Herrlich! Nein! 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 Was? Ich wollte noch irgendwas bauen. Kann ich was davor schon machen? Ach ja, ich wollte, glaube ich, Adelaide bauen. Nein, Waffe, Waffe! Äh... Mini-Raketenhalter... Reichweite 960... Wow! Bauen wir die da! Oder bauen wir ne Mischung? Bauen wir ne Mischung oder nur ein Einheit? Ach! Machen wir ne Mischung! Lalalalalalalala... Raketen... Mini-Artillerie-Raketen... Ja... Und jetzt... Oh Gott! Äh... Was wollte ich jetzt machen? Ja, genau. Ich baue jetzt ein... Commander... Zwei Mini-Raketen... Zwei... Zwei... Artillerie... Und dann noch zwei... Zwei... Davon... Äh... Was sind das? Sind das? Mini-Raketenhalter... Was ist das? Mini-Artillerie-Raketen... Toll! Wie geil ist das denn so das Spiel? Was? Was? Noll? So ein... Fun... Tolle... Oh... Naja... Nimm mich auch... Oh... Und den Luftangriff... Produktion abgeschlossen! Fängt schon mal gut an! So richtig gut! Naja egal... Kann nur schlimmer werden! Jetzt... Was? W-W-W-Was? Was ist das? Wo zur Hölle kommt das her? Oh... 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 Die können von da da unter schie... Oh ne... Oder? Oh nein... Sag mir, dass das nicht wahr ist! Produktion abgeschlossen! Produktion abgeschlossen! Geil! Nummer 3! 2! 1! 3! 1! 1! 1! 3! Was? 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 Mit was? Oh! Wir haben eine schissende Luftabwehr. Luftabwehr? Ja! Artillerie, meine ich! Oh, macht die Dinger mal platt hier! Oh, noch eine! Oh, ja! Es sind ja nicht viele. Oh! Aber Artefakte! Nicht mal Artefakt drücken sie raus! Solche geizigen Arschlöcher! Das will ich mal hoffen hier! So, jetzt sammeln wir die Öltanks hier auf! Komm! Ich brauche Energie! Ich soll da nicht dumm rumfahren! Ich soll die Öltanks aufsammeln! Na also, geht doch! Komm, komm, komm! Mach ich schneller als sonst hier! So, Rückkehr zur Basis! Eins... Was ist das? Gut, du bist jetzt den Commander zugewiesen! Der kann... Kann... Sechs standardmäßig, ja gut! Jetzt müssen wir noch die restlichen vier suchen! Zwo... Vier! Äh... So, und... Hierzuweisen! Ja, ja, ja! Gut, damit hätten wir dann... Noch einen Commander, der nur Artillerie hat! Das ist ja... Was ich irgendwie als sinnvolle achte oder was auch immer... Gebäude wird angegriffen! Okay, okay.. Okay, 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 jetzt brauchen wir da oben noch mehr Verteidigung! Ach... Hääääh! Mein Ölqueln ist auch noch weg! Ach! Brauche Öl! Öl! Für mein... Quattro! Konstruktion abgeschlossen. Hä? Ich hatte doch... Was? Wo ist mal Artillerie? Hä? Hab ich doch den Commander? Was? Konstruktion abgeschlossen. Hä? Zwo, vier, was? Was? Konstruktion abgeschlossen. Hä? Da passt doch jetzt irgendwas überhaupt nicht. Auch egal. Konstruktion? Ah! Ist hier schon viel schöner da oben auch. Komm, Ölquelle. Öl, Öl. Zum Autofahren. So, jetzt bauen wir da oben noch ein paar Luftabwehren auf. Und... Kommt ihr schon wieder in unsere Pornosender empfangen? Oh, perpiss dich. Oh, wie sie jetzt schon wieder ankommen mit dem Panzer. Konstruktion abgeschlossen. Ihr könnt mich alle mal... Wie, der hat auch automatisch schon lange Reichweite? Finde ich gut. Finde ich ne schöne Sache, aber warum hat der nur... Warum hat der nur zwei von sechs? Versteh ich nicht. Der hat doch eindeutig sechs Einheiten zugewiesen. Konstruktion abgeschlossen. Wie steh ich jetzt grad überhaupt nicht? Ach, mir egal. Zählt halt nur zwei, was weiß ich. Grafikfehler, Bug. Solange das Spiel nicht beeinflusst. Alles in Ordnung. Hoffentlich beeinflusst dir das Spiel nicht. Das wär unangenehm. So, bauen wir noch ein paar Türmele, komm. So, das soll ja wohl reichen. Oh, mein Energie wird schon wieder knapp. Und die kommen da nicht wieder raus. Naja, wir lassen das lieber, komm. Ich maue die noch fertig, sonst... Ihr baut euch doch... Nein. Nein, ihr maue euch nur wieder ein. Ich seh's doch jetzt schon kommen. Oh, hat's schon abgenommen. Okay. Dann schick ich drei jetzt erst mal da runter. Das ist eins hier noch ein bisschen reparieren. Operation ist Speichermauer. Kann nicht verschaden. So, also wir haben da unten ne Basis. Wie komme denn da hin? Gespeichert haben wir ja, ne? Ich brauch was zum Erforschen. Nein, Moment, ihr seid mir da zu... zu wertvoll. Ich hab doch noch so Androiden. Oh, so, MG-Androids. Wie lang dauert das? Ach, geht recht schnell. Bis dahin... Repertieren die sie doch ein wenig? Vielleicht möglicherweise, wenn sie Lust haben. Okay, rückkehrt sie... Oh Gott. Oh Gott. Oh, die riesige Masse. Ja, genau. Die wollen ja auch noch repariert werden. Ihr fahrt mal runter. So, und du erkundest jetzt mal hier. Du bist ab sofort fünf. Oh, komm. Artefakt... Nein. Geizige Mistkerle. Ihr könnt ja wenigstens mal ein Artefakt runterfallen lassen. Was? Ist das denn? Moment. Okay. Was oben jetzt war, ist es weg. Hm, komm ich da runter? Nein! Halt wirklich nicht. Oder, Tochter? Nein. Nein. Geile Scheiße. Oh. Richtig. Richtig. Geil. Das heißt, dass ich muss hier irgendwo da lang fahren? Oh, komm. Irgendwo, ja. Irgendwo da, ne? Keine Ahnung. Passt schon, passt schon. Wir wissen Bescheid. Alles verstanden. Oh. Schlimm. Oh, was? Wieso? Wieso bist du immer noch da oben? Soll das doch längst da unten sein? Hell. Die anderen fahren nicht mal los. Ja, warum denn auch? Hallo? Was ist denn mit euch? Fahrt ihr auch mal los? Oder wollt ihr da jetzt zwischen den Fabriken stehen bleiben? Wir bleiben stehen! Ah, jetzt bewegt ihr euch einmal. Ist aber nett von euch, dass ihr auch mal losfahrt. Wieso sind da nur zwei von sechs zugewiesen? Oh, das Spiel kann in die Zukunft sehen. Du verlierst gleich vier Einheiten. PUSCH! Landmine! Ha, alle tot! Glaube ich sogar. Schnell mal ein Gebäude einebnen. Was sind das für Dinger? Die haben nur so ein lächerliches Geschütze. Das ist doch langweilig. Hauptmach das Gebäude platt. Noch ein Gebäude. Nehmt nur Platz zum Kämpfen weg. Das zieht ja gar nichts. Noch eins. Warum gibt das eigentlich keine Erfahrung? Das wär doch mal ne schöne Sache. Ich verpässe dich vergleiche dann auch. Macht die Gebäude auch noch platt? Was sind das für Tanks? Glacidos? Ah, deswegen stinkt's hier die ganze Zeit nach Scheiße. Ich hab's gedacht, ich bin das. Hä, hä, hä. Ich bin heute so lustig. Verstört. Boah, mach nicht viel Schaden. Das ist ja abharrig.